Hier präsentieren wir die 5 besten belgisches Waffeleisen-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kitchen Kraft Kack Wafflens Antihaft Waffeleisen für belgische Waffeln. Das Gerät schockiert mit seinem tragbaren Stil, da es 23 x 21 x 4 cm groß ist und nur 980 Gramm berücksichtigt. Aus diesem Grund kann das Waffeleisen praktisch mitgenommen und von Ort zu Ort rund um Ihr Zuhause geliefert werden. Darüber hinaus hat der Küchenbereich Kraft Waffeleisen eine Antihaftbeschichtung, die dafür sorgt, dass der Teig nach dem Backvorgang nicht an den Kochplatten haftet. Nummer 4. Tefal SW 852D Snack Collectio Dieses Gerät von Tefal ist aus Edelstahl gefertigt und sieht auch sehr hochwertig aus. Seine Abmessungen sind 25 x 15 x 6 cm sowie das Gadget betrachtet eine komplette 4,5 kg, was ziemlich eine ganze Menge für ein Waffeleisen dieser Art ist. Darüber hinaus hat das Multifunktionswerkzeug von Tefal ein optimales Ergebnis von 700 Watt und der Hersteller garantiert eine sehr einfache Zubereitung von Sandwisches und auch Waffeln. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Clure 1445 Brüsseler Waffelautomat Brüssel Waffeln sind einfach mit dem 1445 Waffelhersteller zu machen. Mit den Maßen von 18,5 cm x 22 cm der Backfläche liefert diese Waffelmaschine die Waffeln in der vorgeschriebenen Brüsseler Anfangsgröße 9 cm x 15,5 cm. Das eingebaute Steuerlicht garantiert, dass jede Waffel von Anfang an gedeiht, was deutlich signalisiert, wenn die Waffeln das gewünschte Bräunungsniveau haben. Der Bräunungsgrad kann zusätzlich ständig an spezifische Entscheidungen gewöhnt werden, so dass fast jeder seine eigene Initiale produzieren kann. Aufgrund der Dichte des Teigs und der großen Einbuchtungen in den Waffeln, in denen die warmen Kirschen sowie die Vanillesoße aufbewahrt werden können, sind die Brüsseler Waffeln ein besonderes Präferenzerlebnis. Nummer 2. Domodo 9043 W Waffeleisen Dieses Waffeleisen aus Edelstahl verfügt über eine Antihaftoberfläche, mit der Sie im Voraus ohne Ölen kochen können. Die Abmessungen des Werkzeugs sind 39 x 20 x 21 cm und auch das Waffeleisen bewertet glückliche 4 kg und gehört zu den schwersten seiner Klasse. Das maximale Ergebnis beträgt 1400 Watt und ermöglicht es dem Domodo 9043 W Waffeleisen, den Teig in wenigen Sekunden zu kochen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Krupps FDD 95 D Professionelles Waffeleisen Mit dem Krupps FDD 95 D können Sie gleich zwei dicke belgische Waffeln zubereiten. Die Backkammer dreht sich um 180 Grad und ermöglicht es Ihnen, während des Backvorgangs etwas Teig hinzuzufügen. Das Waffeleisen kann geschlossen bleiben und auch die Wärme bleibt konstant. In unserem tollen belgischen Waffeleisen-Führer werden Sie sicherlich genau entdecken, wie vergleichbar Waffelbügel funktionieren, was ihre Ausdauer und Schwächen sind und was sie besonders macht. Belgische Waffeln haben eine Größe von 10 x 16,5 cm. In diesem Waffeleisen können Sie genau zwei belgische Waffeln der exakt gleichen Dimension gleichzeitig herstellen. Die Backbleche sind zusätzlich tief, so dass die Waffel ihre perfekte Dichte erreicht. Zusätzlich können die Backbleche entfernt und in der Spülmaschine gereinigt werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.